Hallihallo Hallöchen ihr Lieben ja hier ich mit dem Leuchteband durch die Nacht sozusagen ja die Nordlichter sind auf der Erde gelandet aber ich will jetzt kurz das Video weil lange nichts von mir zu hören war weil ich nur mal kurz so äh äh also gibt es zum Sonntag heute noch äh jetzt hier jetzt gleich also wenn das Hochladen klappt äh nur eine Kurzfassung von meinem ja Intelligenzspielzeug sozusagen so leckerli Intelligenzspielzeug so leckerli dummy und und ihr werdet lachen ja so eine kleine Eierbox also Eierverpackung die kann man auch schön benutzen so irgendwie aber wartet ab meine Lieben einfach mal anschauen Daumen hoch wäre sehr schön wenn ihr es nett findet und wenn ihr noch mehr davon sehen wollt dann abonnieren weil nur dann sehe ich ja ob es sich lohnt so bis dahin jetzt geht's gleich los warte ich lasse ich lasse ich lasse ich lasse ich lasse ich lasse Alle und fertig Körbchen Körbchen Prima Körbchen Kiko, bleib Mach Sitz Prima Körbchen Sitz Prima Warte Und los Und los M portefeich Tito!